Falls du dann mal irgendwas an Gemüse brauchst, hier gibt's Crops, hier gibt's Tomato, hier gibt's Blackberry und hier gibt's Bellpepper. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer Jubiläumsfolge, Folge 60, Sky Solated mit dem lieben Nutoka und mir, dem Kinsey. Der Nutoka hat heute übrigens ein Spezialprojekt vor, äh, nee, ich hab gerade nächste Folge erst, ach ja, stimmt, ah, entschuldige, entschuldige, es tut mir leid, ja, dann spoilern wir mal nicht, nee, aber ihr dürft gespannt sein, ihr dürft gespannt sein, stimmt, wir hatten uns ja drauf geeinigt, dass ich, ich schon mal, ja, ich muss mein TS mal irgendwie, manchmal kommst du komisch rüber, manchmal kommst du mir echt komisch rüber, weißt du, das, ähm, was wollte ich denn jetzt noch mitnehmen, Holz hab ich jetzt, mehr brauch ich ja nicht, wir müssen noch ein paar Zäune machen, für Tierchen, ähm, mit den Safar, kann ich mir mit dem Safari-Netz eigentlich zwei Kühe einfangen, dass ich da hinten meinen Bauernhof mach? Ach, du kannst mir damit noch was ganz anderes einfangen, kann ich mir damit einen Wolfraben einfangen? Oh, wir können übrigens nochmal zwei Quests abgeben, oh ja, wie geil, äh, mein Questblock ist da, Amour and Stairs, na toll, was in den Müll Ist immer noch Hell's Kitchen? Äh, ja Aber die sind jetzt ja alle frei Ja, ich glaub, die sind von Anfang an alle frei Krass, das dürfen die anderen nicht wissen Weil? Weil die sonst uns die vier Punkte klauen Wir brauchen einen Presser, äh, der als erstes abschließt, bekommt nur drei Punkte Ich dachte vier Ne, der erste bekommt drei Zweite zwei Aha Und der letzte, ein Und da wir ja am Anfang vier Teams waren Die sollten einstellen, die restlichen, ne? Okay Du verstehst? Ja Die sollten dann halt quasi leer ausgehen, so richtig, richtig kacke fies Ja Äh, ich glaub, so bin ich ja Ihr kennt mich ja, ich bin kacke fies Ja Merkt man Ein bisschen Eisen Ey Ach ja, Dirt passt auch in die Kiste Ah ja, ich wollte eigentlich noch Ein paar Kabels da reintracken, aber egal Die Scheune sieht aus wie eine Maya-Scheune, aber egal Sehr schön So, wie machen wir das denn jetzt? Da haben wir zwei Ich glaub, hier haben wir ein bisschen Eisen Ich glaub, hier haben wir ein bisschen Eisen Hab ich das schon gesagt? Ich hab schon gesagt, dass ich Eisen mache Ja, hast du Gerade eben Brauchen nämlich echt momentan viel Eisen Okay Weil wir für die ganzen Sachen da herzustellen Überall echt Eisen brauchen Überall Totale Zeit Schön Eisen zum kochen Ja, richtig Die ganzen Pfannen, die müssen ja alle gegossen werden Ähm, da bin ich falsch Wir haben ein Wahlkross Das ist mir jetzt eben gar nicht aufgefallen, wo die gesagt haben, wir haben einen Hund Und es ist ja noch nichtmals mehr gelogen Ich will auch einen Hund Ja dann, äh, vielleicht haben wir Glück und hinten auf den neuen Erdflächen oder Grasflächen spawnen Hunde Ah, ich hoffe es Ah, Falafel Alter, das ist mal Eisen Jetzt hab ich mich schon ein bisschen erschrocken Die glauben uns das nicht Toll, jetzt sind sie beleidigt und lieben Oh Ah, da ist ja schon ein Eisen, sag ich Aber ich meine Ja, mach ich gleich So, jetzt haben wir noch mal ein bisschen Eisen vorrätig Sehr schön Oh, da ist ja noch ein Stack Oh, da ist ja noch ein Stack Oh, ho, ho, ho Huuuui Ab, in den Furnace Der Furnace hat jetzt mal Schwerstarbeit Der muss nämlich jetzt richtig ran Oh Rigdeck Run Klotz Ähm Golden Becker Folding Da ist er doch, Mensch Äh Und da ist auch mein Spitzhacke Sehr schön Die brauche ich gleich Ähm Wo sind die Sprengleranlage? Ne, ich lass die Sprengleranlage weg A, weil sie nicht viel bringt Das war ja nur eine Idee Ja, ich hab auch überlegt Schlag mich doch einfach, weil ich mal einen Vorschlag hatte Ja, das mach ich dann am Wochenende Wenn wir uns wieder, ne Bitte? Hab ich irgendwas verpasst? No, ho, ho Nein, du bist ja die Domina Bitte? Die Skysolated Domina bist du Ja, 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 ja Ja, bist du doch Äh, jetzt, jetzt große Klappe Da ist er da Äh, wie viele Pistons brauche ich denn? Oh, ich hab ja schon genug Sehr schön Bin ich denn dumm? Ich enthalte mich Bin ich denn Total blöd? Ich enthalte mich Ach nee, da ist die Ähm, was wollte ich denn jetzt? Ähm, einen Eimer brauche ich Die Samen kommen gleich Ich habe Samen im Darm Mir ist so warm im Darm Mit deinen Samen im Darm Yeah, yeah Yeah, yeah Total begeistert Bitte Was? Ich brauche ja Ich brauche ja noch welche So Oh, der Slimebaum ist gewachsen Dann mache ich da noch Slaps bei drauf Ähm Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Das müsste Reichen, ja Pizton Ich mache Piztons Hm, lecker Warum macht der die Pistons nicht alleine? Ah Ah Bin doof Ich bin doof Ich bin echt doof I love candy Mache ich jetzt noch weiter rumzu? Rumzu vor allen Dingen auch Rum? Rumzu? Zäubin, wie kriege ich denn Zäubin? Muss ich bestimmt anbauen I don't know Zäubin Ich glaube das reicht an Sugarcane hier eine Reihe voll Und dann Das ist mal ein cooles Rezept Aus zwei Zäubin Zäubin bekommt eine Zäubin raus Mit Häufigkeit zwei Ja Das ist ja interessant Hm Okay Da brauchen wir So, ich bin Hast du zufälligerweise Irgendwo Sojabohnen Bohnen Schon gesehen Die irgendwo zufällig Gespawnt sind Hm Ich hab Tomato Blackberry Barley Seed Hab ich Sojabohnen Ich guck mal auf Auf mein linkes Ei Ja Ja ich bin grad am gucken Achso Aber nein Ja warte ich gieße Ich gieße mal ein bisschen Vielleicht kommt ja was neues Oder hast du Geht das auch mit der Gießkanne? Ja aber dauert extrem lange Wenn du das beschleunigen möchtest Hol doch mal bitte Schon mal Bone Seal Äh Bone Meal Genau Bring gleich mehr mit Weil das passt super in die Kisten hier Bei der Scheune Ja Ich schau mal dann ganz kurz noch hier auf der anderen Ne das ist aber auch nix Okay Okay dann mach ich aber hier weiter Was wollte ich denn jetzt? Jetzt hab ich schon das Konzept verloren Ähm Sugarcam Ah ich baue noch grad hier den Den äh Schleimbaum ab Ach ja richtig So das sollte reichen Ähm Joink Echt blöd Dass man den Schleimbaum nicht äh In den Harvester machen Kann Beziehungsweise in den Planter Ah So wo haben wir den Bone Meal Bone Meal Bone Meal Hier haben wir Bones Kann ich aber noch ganz lassen Falls wir meinen brauchen Da haben wir noch Bone Meal Dann nehm ich das doch mit Vielleicht auch noch Wo ist es Wo ist es Wo ist es Ach die hab ich unten ins Werk Direkt getan Die Sense Mh Ne hier ist sie Silk Touch Flux Damage Whatever Hm Äh wir haben hier noch ganz viel Ja ich weiß Tomate Seeds Sea Seed Barship Litu Seed Aber natürlich Keine Sojabohnen Gemein Wie gemein Aber echt Ich komme Tschün Ich freu mich Finde übrigens ganz schön Was der Kinsey hier sich zusammen Gebastelt hat Dankeschön Teines Schüppchen hier. Das wird Nacht. Oh, ein Lime-Sapling. Sehr schön. Es wird Nacht. Wer hätte das gedacht? Und ein Limonenbaum. Machen wir da trotzdem einen hin. Ein Mango-Baum. Ein Pfirsichbaum. Noch ein Mango-Baum. Ein Bananenbaum. Ein Nutmeg-Sapling. Keine Ahnung, was das ist. Ein Nussbaum. Ein Olivenbaum. Sexy, hä? Ah ja. Zachte, zachte. Eigentlich darf ich jetzt nichts bauen, wenn ich da so nach... Avocados. Walnuss-Kirchen. Hm, lecker. Wir können hier eine richtig schöne Obstwiese machen. Machen wir hier Rundum-Schlag. Mist. Das... Mach nichts. Eine Wild-Rutabanga. Was ist das denn? Weiß ich auch nicht. Aber es klingt echt komisch. Ich glaube, diese wilden Bäume, die wachsen auch gar nicht in die Höhe, ne? Ähm, ne, ich glaube auch nicht. Oh, mein Inventar ist voll. Verdammt. Ey, ich kann hier eigentlich auch einen Großteil in deine Kisten machen, oder? Ja, natürlich. Dafür sind sie ja da. Dafür sind sie da. Wohin? Oben? Ähm, ja. Oben, unten habe ich Werkstoffe. Alter, Sellerie, Avocado, Walnüsse, Kirschen, Ruta-Baga. Das sieht ein bisschen aus wie, ähm, ähm, oh fuck. Wie ist denn jetzt der normale Name dafür? Meinst du, der wird mir jetzt einfallen? Ich bezweifle es. Ähm. Naja, das fällt mir nicht ein. Verdammt. Das fällt mir ja im Traum nicht ein. Oh, oh, das bohrt ein Gegner. Wo? Ach, im, im Mobspawner. Achso, oh, und hier fehlt noch was. Da habe ich irgendwas weggenommen. Aber dann machen wir da. Und da. Bambus, Sprossen. Und da. Und da. Und da. Kaktusfrut, Sellerie, Zucchini, Rosen, Seegras. Seegras, Bohnen, Blaubeeren. Alter, ey, du konntest hier sowas von austoben. Du konntest hier quasi fast anbauen, was du willst. Ah. Aber gut. Und jetzt noch Rhabarbarra? Rhabarbarbarra ist Rhabarbarbarbarbar-Bahn. Die Rhabarbarbarbar hat auch eine Bar. Da kommen immer Barbaren rein. Da nutzt man die Rhabarbarbarbar-Rhabarbar-Baren. Kennste. Oh ja. Ah, Mist, geht nicht. Mach ich aber hier, ist praktischer. So, ich geh mal heuer, Bubu. Gehört, ich geh mal heuer, Bubu. Ja, das find ich toll. Find ich ganz toll, find ich das. Ganz doll. Sind wir eigentlich immer noch alleine im Server? Ich weiß es nicht. Oh ja. Wir machen immer so lange Pausen irgendwie. Aber ich glaub, ich kann... Ah doch, ich kann schlafen. Obwohl irgendwie Monster direkt bei mir sind. Hm. Verdächtig, verdächtig. Du bist auch einer von ihnen. Gibt's Taro? Einer von uns. Einer von uns. Keine Ahnung, wo die jetzt gerade sind. Ja, egal. Weiter im Text. Genau. Wo ist meine Schalalala? Änder-Lily ist immer noch bei 43%. Verdammt. Da, lass ich allen frei. Der kleine Farmer kennt sie. Yay. Oh, Sonnenblumen. Schön. Da kannst du übrigens Öl draus machen, falls du welches brauchst. Ich glaub, man kann aus jedem Samen Öl draus machen. Aber da kannst du Sonnenblumenöl draus machen. Ja, toll. Kauf dir ein Ei. Ein Ei. Ich hab schon zwei gigantische Eier. Ich bitte dich. Ich brauch keine Ei. Keine Ei. Ekerlaubt. Ich bin immer ganz froh, wenn ich diese verkackten Bambussprossen da endlich bekäme. Raspberry, Limonenbäume, Kaktus, Skellion, Raspberry. Oh, Senf. Wir können Senf machen. Drachenfrucht. Oh, Senf und Käse. Und dann noch Toast. Oh, lecker. Oh, ey. Wir können hier echt bald richtig groß ins Futtergeschäft aufsteigen. Mmh. Lecker, 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 lecko mio. Oh, nicht runterfallen. Hä? Ah, Labe. Reicht die Ho nicht, oder was? Eine Ho ist ja wohl nicht genug. Ne, ich hab schon drei Fische verbraucht. Hab ich die schon. Jetzt hab ich drei verbraucht. Und rate mal, wie viele Felder mir noch fehlen. Nee, ich weiß nicht. Zwei Felder fehlen mir noch. Und dafür baue ich mir jetzt eine neue hoch. Was denn? Die Truhen sind voll. Ach, hör auf. Was ist da denn passiert? Die große Truhe ist voll. Was ist denn hier passiert? Aber guck mal, in die linke Truhe, der zweite Saal. Oh Gott, was soll ich denn jetzt andauern? Das ist doch was für dich. Ich hab neu geordnet. Ich hab die geordnet gerade. Aber guck mal, in der linken... Nee, Quatsch, sorry. In der oberen, ne? Oh, da muss man... Rechts, rechts. Da ist ja noch nicht viel drin. Ja. Da müsste was dabei sein. Kiwi. Das müsste dich extremst freuen. Strawberry. Nein. Blackberry. Nein. Pineapple. Nein. Nein. Da, wo du jetzt reinguckst. Nein, in die andere. Hä? Die rechte. Ja, da ist Kiwi. Kaffee. Kaffee. Der wird aber direkt angebaut, ey. Ey, ich find einfach nicht diese verhurte, äh, diesen verhurten Samen, den ich brauch. Was geht denn ab? Brussels, Brow, Tomato. Wie oft soll ich denn hier das Ding abbauen? Tomato. Tomato. Gibt's doch gar nicht. Jetzt hab ich schon zweimal diese komplette Fläche hier wachsen lassen. Ja. Und es kommt einfach nix raus. Also, das was ich brauch. Ach, die schocken. Soll ich denn jetzt mal die schocken? Essen. Ja, ja, genau. Na gut, einmal mach ich's noch. Vielleicht hab ich ja Glück. Wenn du Blut für deine Schmelze brauchst, ne? Dann kann ich's ja... Ich brauch Blut für meine Schmelze. Ich brauch Blut für mein Altar. Kannst du da auch Tiere opfern? Ja, klar. Ja, dann nimm die doch mal Safari-Netz mit. Die sind ja leicht. Ich kann die auch hier töten. Ach so. Oh, ja, okay. Muss mir nur ein Opfer, ähm, Opfer-Dolch herstellen. Wie, da ist kein Tomatensamen drin? Ach, was soll ich denn mit dem ganzen Kram? Alter, wo kommt hier der Baum her? Oh, es ist Master Seed. Äh, Sternfruchtbaum ist hier gerade gewachsen. Oh, lecker. Seaweed. Seed? Das müssen wir wohl im Wasser antpflanzen, oder was? Nee, krass. Oh, scheinlich. Blueberry. Aber davon hab ich überall nicht genug. Ich nehm die Blackberry. Ich hab ja ein paar Samen geschenkt bekommen. Korn. Bohnen. Lellerie. Barbara. Barbara. Oh, krass. Alter, der Fernseher ist ultra laut. Hört man das? Ja, klar. Krass. Das Mikro ist echt geil. Oder der Fernseher zu laut. Was hat er getan? Ach so. Die Tür geschlossen. Er ist von Dannen gezogen. Er ist zu Dannen gezogen. Outs, Cutten, Onion. Oh, das gibt's doch überhaupt nicht. Das ist diese Kack-Mist-Dinger hier nicht gibt. Sag mal. Das ist ja echt ne Sache der Unmöglichkeit. Was pflanze ich denn jetzt mal an? Strawberry, kann ich die auch wieder direkt einpflanzen? Hui. Kiwi. Ich will Soja anpflanzen. Ich versuch mal Strawberry direkt anzupflanzen. Yeah, ich hab Soja-Bean. Ah, geht nicht. Dafür braucht man die Samen. Sehr schön. Hast du die Gießkanne hier dabei? Ja. Wahrscheinlich, oder? Ja. Was soll ich gießen? Äh, hier Soja-Bienen. Oh, soll ich die hinpflanzen? Ähm, hier links. Mach mal links. Da machen wir ein wildes Feld. Und hier machen wir ein geordnetes Feld in der Mitte. Wir können auch Kaffee. Soja werden wir, glaube ich, öfter brauchen. Gießt du? Ja, gut. Dann versuche ich mal. Gucke ich mal, wie schnell die wachsen. Und dann, je nachdem. Können wir ja noch mehr machen. 50 Prozent, alles klar. Ja, es geht fix. Oh, ha, ha, ha. Da kommen sie. Hola, senor. Äh, du gießt daneben. Das ist völlig egal. Der gießt ein 3x3 Feld. Ja, aber du stehst 3 Felder davon weg und gießt genau unter dir. Ich kann auch da hinten gießen. Guck mal. Da. Kann ich auch gießen. Ja, dann geh doch näher ran. Hier tut sich nix mehr. Ja, aber das ist halt. Manchmal geht's schnell und manchmal langsam. Sonst gib mir mal ein bisschen. Da stehst du. Mann. Hä? Wieso? Ach, da hab ich noch. Ach, da hab ich gar nicht. Hola, senor. Muss ich mir demnächst nochmal eine. How machen. Ist die jetzt wieder kleiner geworden? Nee. Ich hol mir mal, äh, bei mir. Irgendwie. Ho, 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 bitches. Mit hier geht doch. Warum bin ich gleich so? So, dann pflanzt mal eine ganze Reihe an. Ähm. Eins, zwei. Und, ja, verbraucht das Knochen mehr ruhig. Eins, zwei. Ja, wir haben nur noch sechs. Bitte? Eins, zwei. Also hier hab ich jetzt nur noch sechs. Ach so. Ja klar, über Knochen kriegen wir nochmal neue. Ja, wir haben auch unten im Keller noch ganz viel. Ja, aber da wollte ich jetzt nicht hingehen. Okay. Oh. Guck mal, wir haben jetzt auch Tomaten. Oh, soja brauchen wir auf jeden Fall, glaube ich, häufiger. Falls du dann mal irgendwas an Gemüse brauchst, hier gibt's Crops, hier gibt's Tomato, hier gibt's Blackberry und hier gibt's Bellpepper. So. Kannst Quest Reward machen. Juhu. Oh, wir sind schon wieder bei 21 Minuten. Ach, hör auf. Doch, krasse Scheiße. Ja, ist immer zu wenig. Jetzt hätte ich echt fast drei Anclaim Rewards. Drei Anclaim Rewards. Ja, was denn? Ja, jetzt hätte ich fast selber die Zeit vergessen. Ach, du Scheiße. Claim Reward. Claim Reward. Oh, ich hab noch ein volles Herz. Ähm, oh, ich bin ja dran mit Abmode. Jupp. Ach so. Das ist noch anderthalb Minuten. Ja, vielen Dank, dass... Anderthalb Minuten. Kann ich ja noch mal, kann ich mir ja noch eine Hoe bauen. Ja, genau. Mach einfach wieder, du machst die Abmode ja immer sauschnell. Ja. Keine Zeit verschwenden. Orange Chills. Scrape Chills. Ja, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Dann kann ich da hinten nämlich noch schön... ...geiden wegnehmen. Gott. Da, was mach ich eigentlich hier dann? Ich mach Essig. Ich setz dich einfach Slaps drauf. Genau, das sieht schön aus. Ja. Jetzt ist... Jetzt ist Essig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Folge 61 dann. Und abonnieren, liken. Fände ich voll Knorke und soll die Potenz verbessern. Ähm. Ich weiß nicht, möchtest du noch was sagen, du Toker? Idiot. Nächstes Mal wird weitergekocht. Yeah, yeah. Bis dann. Ja, Breaking Bad. Macht's gut. Äh. Stopp.